Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf Dr. Windows TV mit einem neuen Windows 10 FAQ Video. Mein Name ist Node-Dash Pro und heute zeige ich euch, wie ihr alle Aufgaben, also alle Aufgaben, die es hier im PC gibt, als hier unten in das Menü integrieren könnt, ohne irgendwelche Systemsteuerungen öffnen zu müssen. Alle Aufgaben, manche werden sich fragen, was ist das? Andere kennen das vielleicht unter dem Begriff God Mode. Und zwar findet ihr in diesem Modus alle relevanten Systemeinstellungen. Und zwar, ich zeige euch das mal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur FAQ. Dort findet ihr auch den Text, wie man den God Mode erstellt. Und zwar zeige ich euch das mal kurz anhand eines Ordners erstmal. Und zwar, also wenn wir hier einfach auf dem Desktop einfach mal einen neuen Ordner erstellen und diesen Ordner jetzt hier mit diesem Namen benennen. Und zwar God Mode Punkt und dann kommen halt ganz viele Zeichen. Das findet ihr in der Windows 10 FAQ. Und wenn ihr jetzt Enter drückt, öffnet sich, also habt ihr hier ein Fenster erstellt, das God Mode heißt. Und hier habt ihr jetzt alle Systemeinstellungen, die es überhaupt in Windows gibt. Alle auf einen Blick. Wenn ihr das Ganze ein bisschen kleiner haben wollt und hier unten in der Taskleiste haben wollt, dann zeige ich euch das kurz, wie das funktioniert. Also, ihr habt ja jetzt schon diesen God Mode erstellt. Wir erstellen uns jetzt erstmal einen neuen Ordner. Und dabei ist es egal, ich mache das jetzt zum Zeigen einfach auf dem Desktop. Es ist aber egal, wo ihr diesen Ordner hinpackt. So, wir nennen den einfach Tools. Und packen jetzt den God Mode, den wir uns erstellt haben, hier rein. So, diesen Tools Ordner wollen wir jetzt hier unten in die Taskleiste integrieren. Und dazu, und es gab schon mal ein Video, und zwar die Windows 10 Shortcard Sammlung von Dr. Windows. Da habe ich es auch schon mal erklärt. Das Video verlinke ich jetzt auch mal. Also, das wird jetzt hier angezeigt. Also, einfach hier unter meinem Bild klicken, falls ihr da mal schauen wollt. Und zwar, ihr geht jetzt hier mit der Maus und klickt rechts. Geht auf Symbolleisten und dann auf Neue Symbolleiste. Und da sucht ihr euch jetzt den Ordner. Also, geht ihr hier einfach auf den Desktop. Und hier haben wir schon Tools. Und Ordner auswählen. So, das war es schon. Hier unten rechts habt ihr jetzt Tools. Steht jetzt. Und wenn ihr hier auf diesen Pfeil geht, öffnet sich einmal hier God Mode. Und wenn ihr natürlich hier drauf geht, seht ihr jetzt, habt ihr komplett alle Windows Einstellungen alphabetisch sortiert. Das heißt, suchen wir zum Beispiel Programme deinstallieren. Da müssten wir jetzt, scrollen wir einfach hier, wenn man mit der Maus hier unten drauf bleibt. So, dann sind wir gleich bei P und dann hier zum Beispiel Programm deinstallieren. Also, hier findet ihr wirklich alles, was es gibt, alphabetisch dann. Ihr könnt natürlich hier in dieser Leiste euch auch andere Sachen anzeigen. Zum Beispiel öffnen wir jetzt einfach mal den Tools Ordner und ich erstelle nochmal einen neuen Ordner und nenne den einfach Wichtige Programme. Und wenn ihr euch jetzt hier rein Verknüpfungen machen würdet für eure wichtigsten Programme, dann würden die hier auch angezeigt. Wenn ich jetzt hier auf Tools gehe, dann seht ihr, wichtige Programme. Hier ist es noch leer. Hier könnt ihr euch zum Beispiel eure eigenen Verknüpfungen rein machen. Das ist interessant für Leute, die vielleicht viele Programme haben, das Ganze ein bisschen gliedern wollen. Manche wollen vielleicht auch nicht den ganzen Desktop mit Icons voll haben. Und dann ist das hier natürlich eine elegante Lösung, um das Ganze ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr wisst, Windows Hilfe mit Rezept gibt es auf drwindows.de. Mein Name ist NoDashPro. Bis zum nächsten Windows 10 FAQ. Ciao Leute.